hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft jetzt hat was wollen wir jetzt machen der folge ich komme ich mache eine provisorische ich mache hier eine produkte aus einfach so jetzt sind wir kommen aber auch gleichzeitig in der standardzeit fassung von unseren folgen standardzeit fassung von 20 minuten sonderlänge ist immer mit dabei ja und da in den 20 minuten versuchen wir so viel zu erreichen wie wir wollen können natürlich halt und wenn wir also sachen haben diese länger dauern damit auch mal stream geben dazu so wie man es halt von phantasia games so ich habe jetzt hier eine broken kick gegen wir brauchen die er geklaut äh lückel zu rein schmeißen mit dem kick ex-kit habe ich zu rein schmerzen können wir später eigentlich bestimmt noch gute brau Ich habe eine Survival-Pick-Ex rausgekriegt. Cool, cool. Oder was sagst du? Man sollte immer Geduld haben. Du kannst ruhig Ja sagen, so weit darfst du gehen. Also gegen eher einfaches Ding normales Ja sagen ist die ein bisschen. Ich habe aus einem Blut-Bag auch Pedial-Rollkohol. Jawoll. Ey Enrico, wir machen bald mit dir mal ein Ice-Bucket-Tallenge. Bei der Wärme ist es besonders schön. Willst du das haben? Sag Ja! Ey, da war halt wirklich die Klappe, Alter. Ich krieg einen Anfall. Klappt ja kaum, aber jetzt ist gerade so. Aber das Haus brauchst du da drüben hin, ja? Ja. Gut, dann mache ich hier im Kopf. So, Enrico, jetzt sage ich aber noch einmal zu dir. Wenn wir uns in der Aufnahme befinden und ich stelle dir eine Frage, dann antworte auf. Du hast zu ihm gesagt, halt die Klappe und das macht er nur. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er es wirklich macht. Haut mal in den Kommentaren mal einen Gruß an die Flachflöten hier neben mir. Ja, ich habe noch Lust da drauf. Also, ob du eigentlich das hast. Endlich und treibt sich da noch bloß. Was willst du mir das Gerät für? Was ist Gerät? Wo man für die Fliegen anbringt? Habe ich noch im Inventar drin. Und alles, äh... Wie wer? Da! Achtung, die Fischer machen schon gerade. Einfach abbauen, ne? Einfach rechts klicken und links klicken. Das ist weit aus. Wenn du links oder rechts musst du gucken. Enrico, du kannst vielleicht nicht mehr Gänze oder so weiter stellen. Gehen wir mit der Küche machen wir schon früher. Da sagt doch die Ne. Doch, er hat nichts gesagt. Ja, aber er ist losgesprungen. Ja, ich weiß. Drei Malpeter, ne? Er ist eingestellt als, 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 als Aufnahmehilfe. Meine Frage. Ja? Habe ich hier Chance auf Mäh? Ja, hast du. Du hast einmal das von den Totems. Und einmal die, wo dieser komische Excel-Extremator wieder hinterkommt. Kannst du ja auch Mäh brauchen. Ja. Du hast ja dann hier mehrfach Chance auf Magie. Nein, das wollte ich schon. Na, Mutter gut. Mal sehen, ob er die nächste Tasse gleich verschärbelt. Ist das richtig gewesen, dass ich das für dich mal mitbestellt habe? Nein, nein. Danke. Wollen wir ihn einstellen, als unsere, äh, Aufnahmehilfe? Ja, ja, das ist schon. Wenn er mal da ist. Wenn er mal da ist. Ja, ja, das ist schon. Ja, ja, das ist schon. Immer einen kleinen Obolus. Hallo. Darf er erst mal kommen, sag mal so. Ach, das geht halt erst. Darf er erst mal erscheinen. Sag das auch seine Fähigkeit. Und wenn er kommt, das will ich nicht sehen. Du machst halt nur noch los. Das war alles. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir alle zusammen waren. Schon komisch. Der Livestream von vorletzte Woche. Ich habe zumindest gehört, nur ist in der Woche. Unsere Ruhe jetzt. Ich weiß nicht, dass wir uns da sind. Ich weiß nicht, dass wir überall waren. Habe ich den jetzt hier mal irgendwo im Loch? Ja, hier unter mir. Hier im Loch. Hier im Loch? Ja, 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 ja. Warte. Ich habe hier gerade fertig. Na, ich lasse das Loch mal nach unten. Ja, dann kannst du mal mit dem Pirokatwasser bitte. Ja, ich habe hier noch übergebaut. Na ja, dann kannst du auch wieder auf Reisen. Ich habe es ja noch übergebaut. Na? Ja. Ich mache jetzt aber nur ein relativ kleines Feld, ne? Jaja, für den Start reicht das doch. Machst aber an jedem Palm zwei Pflanzen oder so, so reicht das doch. Muss ich gleich so betreiben wie in allen anderen Welten. Hast du alles mitgenommen? Strings oder so? Ich habe keine Strings in den Metall. Es gibt aber hier eine Pflanze, die kannst du gut anbauen. Hier nochmal Strings raus. Das heißt für Flux. Ich glaube die Location überhalten, oder? Ja. Hauptsächlich geht es ja hier weniger ums Bauen und so, und wie sie sagen, es geht dann mehr ums Überleben, ums Essen-Craften und halt um die Quatsch voranzukommen. Aber ein Haus ist schon praktischer wegen, ne, schon Monster-Attack. Das ist nicht nervisch. Dauer. Aber es wird demnächst ein Hardcore von uns geben. Ein Hardcore-Projekt, was einfach mal nicht andauern kommt, aber mal gelegentlich. So wie wir gerade lustig sind. So wie wir gerade lustig sind. Ah, Hilfe. Ja, nicht geschockt. Ähm, und das wird dann, wenn es kommt, beim Sonntag kommt, das ist unser Random Task, wo wir machen was wir Lust haben. Und da wird es dann auch hier, ähm, ein Hardcore-Projekt geben. Und, ähm, mal gucken, wie lange wir leben. Wir haben beide zwei Versuche. Jeder? Ja, in dieser Welt. Wenn wir die verkacken, dann haben wir verkackt. Und? Hä? Na, ein Hardcore. Richtig Hardcore. Ja, direkt ist raus. Und wir haben zwei Versuche in der Welt. Was hast du mir vorhin gesagt? Habe ich doch vor, 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 umgegangen. Habe ich auch schon mal gesagt, das schon vorher. Ja, wow. Und jetzt haben wir eben mal von nichts, auf wieder nichts, da ich mich wieder keine Erinnerung haben. Ja, manchmal gelegentlich. Weil so eine Sonntag kommt das mal mit. So unser Random-Tag. Wo wir machen was mal lustig haben. Wenn wir halt gar mal Bock auf Hardcore haben, dann machen wir halt mal Hardcore. Und ich hab noch ein anderes Hardcore-Projekt, was eigentlich ein mieser Dumpfer ist. Das werden wir vielleicht auch mal danach bringen. Das ist Projekt Ocean 1. Und zwar mit den Hardcore-Questing eingeschaltet. Also, jeder hat drei Leben. Wenn du die verlierst, bist du weg. Das Problem ist, wenn ich als Server verrecke, ist die Welt im Arsch. Weil dann wird die Welt nämlich resettet. Haben wir zufällig Schnee bei der Bege? Naja, aber wir haben Schneebege und der Bege war zufällig. Warte, ich meine Schaufel ist sowieso gerade im Arsch. Ich mache halt mir mal schnell eine neue und dann werde ich mal schnell die bisschen Schneebege um abzutopfen. Okay? Ja. Und wenn du das mal rauskommst, dann würde ich nämlich Raspberry Smoothie machen. Oder Raspberry Juice. Ja, aber. Oh. Wolltest du dir schon mal ein Konzept darin? Ähm, dreimal, ne? Ich kann deine Züttung mehr auf keinen Haufen Kaffee machen. Mit kleinen Haufen Kakao. Sieben Jahre schon mal Kaffee. Ich kriege ihnen zu viel, ja. Flutter – ich mache jetzt gleich einen Kakao. Ich mache ja mit gleichen Kakao. Hat die Löckel gefresst, der Sack. So, dann ist gerade unser Cabo Spawner ausgebrochen. Geil. Ist angenommen als Aufnahmehilfe. Okay. Okay, sind wir wieder mal der Folgen einen Daumen hoch zu geben. Oh Gott, ich bin echt zu viel gegratet. Ich hab für dich vier Sex weiter. Das hast du noch. Ja, mit diesen komischen High-Crafty hast du was drin. Du hast die Löffel gefressen, was? Wir haben solche Eiskaffee-Löffel-Dinger da. Aus Metall mit Strohhalm dran. Wie ich die Dinger nennen soll. Das ist ein Eis-Löffel. Ja, Eis-Löffel. Eiskaffee-Löffel. Ich hab' ich meine. Ich hab' den Eiskaffee. Ich hab' den Eiskaffee gerade mal gerüberset. Ein kleines geht zu laut. Die Zeitanzage kannst du gerne tun. Da will ich mir ein bisschen weiter beschreiben. Ich seh' zwei Jus-Zeitanzage noch nicht. da unten, aber er guckt ihn da mal drauf, weißt du? Ich nicht. Ich hab da unten ja den Aufnahm beteiligt. Und auch Volker. Canola tue ich jetzt aber erstmal nicht mit einer Pflanze, oder? Nein, nein. Das können wir später machen. Flachs ohne? Flachs ist... kannst du eine Pflanze machen. Eine einzige, wenn das reicht. Da kriegen wir nämlich Strings raus, wenn wir noch mal brauchen. Jetzt mal ein Profilfehler von mir erfahren, den ich von uns gemacht hab. Erst auf heut nicht gestartet, ne? Ich hab den Röscher schon auf den Spielen geschafft. Ey, er schafft sogar sich das Lachen zu halten. Cool das auch. Oh, ich hab die, die ich nicht gesehen habe. Ich hab die... Ich hab die... Ungefähr fünf Minuten noch, ne? Das ist eine Folge... Ab Munderrat, so sind wir Zeiten mit eingegangen, ne? Nur die Einmunde, auch die Zeit. In immortality, I can't see, you and me. You belong, you, you may be. You belong, I can't see, you belong, you, you may be. Das ist ja die Möglichkeit, ey. Sechs Blöcke und man macht es auf in den Arschlo. Ist doch nicht wahr, yo. Ist hier sowas wie Chiselrunde? Ja, Hammer. Ja, Mann ist das aber egal. Mann ist das aber egal. Mann ist das aber egal. Oh, die ist. Ich will nur die Scheiße. 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 Das ist doch eine Breite. Hast du mal noch Eisen für mich? ganz oberste kiste jetzt wird auch eine mensch durch die genannten aber drei coolen augenmaß ich nähe deine büsch ist im wisch und ich setze sie dann einfach zu gucken nein der cappuccino sei es mach doch nicht ganz so fest ok ja dass er die ganze zeit machen will darf er jetzt also wenn er schlau ist geht er mir immer auf die eier wenn ich gerade aufnehme da gibt er eigentlich relativ alles was er haben will und was er machen will und wir sind zufrieden ja 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 da naja ja 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 Das ist... da ist das wie battle royale da habe ich nämlich eine idee Warte mal kurz, bevor du anfängst, du musst nur rund auf die Bühne. Wolltest du mal kurz gehen? Okay, warte mal kurz, machen wir gleich. Ähm, dann würde ich sagen, die Folge widmet sich dem Ende in dem, ich hoffe es hat es euch gefallen. Und ja, Tomo, bleiben, ihr seid los. Ja, ihr müsst mal noch ein paar. Ähm, ja, dann sage ich damit Ciao und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss Koff! Ja, und tschüss! Hahaha! Hahaha! Tschüss! 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 Tschüss!